Wenn nach einem vergnüglichen Skitag die Energiereserven schwinden, dann ist es Zeit für den obligaten Einkehrschwung. Die Stallenalm auf der Steinplatte bietet hierzu kulinarische Genüsse und Hüttenzauber pur. Die Küche verwöhnt mit leckeren Tiroler Schmankerlen, die ihresgleichen suchen. Neben Hüttenklassikern wie Karsnocken findet man noch zahlreiche andere Köstlichkeiten auf der Speisekarte. Da viele Wanderwege in den Kitzbühler Alpen zur Stallenalm führen, ist sie im Sommer ebenfalls ein beliebter Anlaufpunkt, um sich zu stärken. Für eine zünftige Hüttengaudi, auch bei Firmen und Familienfeiern, sorgen die Betreiber der Alm, die Familie Zardini und ihr bestens aufgelegtes Team. Nach einem Tag in den Bergen erwartet sie dann übrigens der dazugehörige Weitringhof mit 4-Sterne-Komfort zur Übernachtung. Weitere Informationen finden Sie auf der Website unter www.stallenalm.at